Hi, ich bin Danka. Ich produziere elektronische Musik, bin DJ und habe mein eigenes Label bei Dictus. Also ich komme so eigentlich aus der Songwriting-Schiene, weil ich habe halt ganz am Anfang, wo ich ganz klein war, angefangen Klavier zu spielen und dann in der Jugend so angefangen, eigene Songs zu schreiben auf dem Klavier. Und dann bin ich erst in die elektronische Musik gekommen und habe halt dann so die Welt der Synthesizer und der Digital Audio Workstations entdeckt und habe dann halt so angefangen, mit der Basis Musik zu produzieren. Dadurch, dass ich dann halt so eine Basis hatte mit dem Produzieren, ist das schon schnell zum Selbstläufer geworden. Also, weil ich hatte halt einfach ein geübtes Gehör, ich hatte eine gute Trackauswahl bei meinen Sets und ich habe dann auch schon so erste eigene Tracks eben gespielt. Ich habe halt aber sehr viel gepostet, was ich mache. Und dann ist halt Einmusik auf mich aufmerksam geworden und hat mich halt gefragt, ob ich Lust habe, ihm ein paar Tracks zu schicken. Im Zuge dessen bin ich dann in seine Agentur gekommen, also in die Agentur von seiner Frau, die jetzt meine Agentin ist. Weil ich dann zu der Zeit auch angefangen hatte aufzulegen und auch schon recht gute Bookings hatte, habe ich dann von meinem Umfeld auch oft diese Fragen bekommen, ja, wann kommt dann deine eigene Musik, wann veröffentlichst du mal was? Und das hat mich halt ultra gestresst, weil ich wollte ja veröffentlichen, aber ich wusste halt irgendwie nicht wie, weil ich auch nicht wusste, wie einfach es heutzutage ist, sein eigenes Label zu gründen. Als Musiker ist es wichtig, dass alles immer einfach ist. Weil um kreativ sein zu können, ist es halt schwierig, wenn du dann die ganze Zeit von irgendwelchen technischen Dingen oder irgendwelchen bürokratischen Dingen aufgehalten wirst. Und das fand ich bei Dictis halt eben sehr angenehm, dass ich einfach hingekommen bin als kompletter Laie, was Labelgründung angeht und sagen konnte, hey, ich würde gerne ein Label gründen, einfach weil ich eine Plattform haben möchte, um meine eigene Musik so zu veröffentlichen, wie sie ist. Dictis hat mir in dem Fall eben sehr viel Freiheit geboten. Du hast einfach innerhalb von einem Tag mehr oder weniger dein Label gegründet und dann war das für mich eher so ein Test, dass ich gesagt habe, okay, ich release jetzt mal meinen ersten Single. Der war dann halt viel erfolgreicher, als ich jemals gedacht hätte. Also ich bin dann halt auch gleich in eine richtig gute Playlist gekommen, in die Electronic Rising. Das ist auch die Playlist, die ich selbst schon seit Jahren höre, wo ich auch selbst immer neue Musik entdecke. Und da bin ich dann halt mit meinem allerersten Track gleich reingekommen. Das war halt für mich persönlich einfach super wichtig, weil ich mir dann gedacht habe, so hey, warum habe ich nicht schon längst angefangen, eigene Musik zu releasen auf meinem eigenen Label? Ich würde sagen, so mein Wiedererkennungsmerkmal sind halt Melodien, Akkorde und Harmonien. Das nehme ich jetzt mit in die elektronische Musik. Und deswegen ist halt Melodic Techno, denke ich, schon so die Sparte, in die ich hineingehöre. Ich denke auf jeden Fall, dass ich jetzt bei den nächsten Releases auf meinem eigenen Label nicht versuchen möchte, eher so kommerziell zu klingen, sondern einfach ein bisschen freier zu produzieren. Das, worauf ich gerade Bock habe. Warum ich mich lange nicht getraut habe, erst mal überhaupt zu produzieren und dann noch meine eigene Musik zu releasen, weil ich irgendwie ein bisschen mit dem Glauben aufgewachsen bin, dass Technik eher was für Männer ist. Ich habe einfach, ohne groß darüber nachzudenken, halt diesen ersten Step gemacht und habe dann halt viel mehr Erfolg gehabt, als jemals erwartet. Und das hat mir als Produzentin natürlich auch mal super viel Selbstbewusstsein gegeben.